Hallo, mein Name ist Markus Hartmann und ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie Akkorde in Durico eingeben. Wenn Sie in Durico eine Note eingeben, rückt die Eingabemarke um die Dauer dieser Note vor. Wenn Sie die Eingabemarke zurückbewegen und eine andere Note eingeben, wird die ursprüngliche überschrieben. Dies ist praktisch, da Sie Fehler einfach beheben und auch nur Teile vorhandener Noten überschreiben können. Um Akkorde einzugeben, müssen Sie den Akkordmodus aktivieren, indem Sie diese Schaltfläche im Notenwerkzeugfeld anwählen oder den Tastaturbefehl Q drücken. Durch das Plus-Symbol links neben der Eingabemarke können Sie erkennen, dass der Akkordmodus aktiv ist. Wenn Sie jetzt eine Note eingeben, rückt die Eingabemarke nicht automatisch vor und wenn Sie eine zweite Note eingeben, überschreibt es nicht die ursprüngliche Note, sondern fügt eine weitere hinzu. Wenn Sie die Computertastatur verwenden, werden neue Noten über den vorhandenen hinzugefügt. Wenn Sie STRG und ALT gedrückt halten, das ist nur STRG auf dem Mac, werden Noten unterhalb hinzugefügt und Sie können so viele Noten hinzufügen, wie Sie möchten. Sie können auch mit der Maus klicken, um an jeder Position Noten einzugeben. Der Akkordmodus funktioniert auch außerhalb der Noteneingabe, z.B. beim Bearbeiten von Noten. Die Akkordeingabe muss nicht aktiv sein. Wenn Sie über ein MIDI-Keyboard eingeben, können Sie Akkorde gleichzeitig spielen und eingeben. Das ist die Akkordeingabe in Doreco. Mein Name ist Markus Hartmann. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.